Die So, ne, da hört man schon die Gäste. Schwungen, aber Wodka saufen. Gumm, wir mal gerade richtig. Aber, ey, kommt auch nicht raus, weil ihm der Arsch geht, weil er weiss, der kriegt den Hummer von mir. Ich bin schon, also bin ich, oh Gott, nein. Ich kann mich schon. Geh, du, ich hätte mich schon, nicht. Geh, du. Ne, weiss, was du bist, du hessische Hure Vieh. Ich weiß nicht, nur um. Ja, ach, jetzt kommt der, der, der und ich kommen auch will. Komm, lass dich doch mal. Ne, mach es nicht. Ach, hat sie keinerlei Hemd, der muss man ins Heimat ziehen. Ne, mach es nicht. Verpisst dich, jetzt kriegst du mir eine Gefahr. Ja, da klatsch mir mal rein. Da klatsch mir mal rein, klatsch mir mal rein. I, me, klatsch mir mal rein, da wartest du drauf, klatsch mir mal rein, da wartest du drauf. Und die anderen schwungen Vudel, da ist sie, die Schwungen. Die anderen schwungen auch im Saubierloch. Hab ich auch im Jugendamt gemeldet. Ja, deine Mama kann sie auch ficken. Ja, du fette Fotz. Da, China, hoffe ich, dass der Ball wegkommt, du Fichser. Jetzt rufst du die Bula, ne? Die haben nicht gekriegt, was sie in den Garten zu schmeißen. Oberer Riedstraße, 214. Ne, das weiss ich nicht. Ich ruf dich gerade. Nein, ich ruf gar nicht an, weil sie merken, die sind kapitiert, oder? Ich schlipp gar aus. Nein, das kann ich nicht angehen. Aber Leute, könnt ihr nicht mehr runtergehen. Nein, du gehst nicht mehr runtergehen. Nein, du gehst nicht mehr runtergehen, wenn du die Zeit reifst. Die Frau hat bei mir Haltverbot. Du schreibst nicht mehr runtergehen, du schreibst nicht mehr runtergehen. Halt du doch mal runtergehen, du schreibst nicht mehr runtergehen. Nein, das ist schlecht, ey. Du tust den Abmilde und schweißt den so ganz den Scheißwerk raus, dem Hureton. Hast du gehört? Der hoff nicht auch zu schreien, ja? Ja, der schweißt den so Scheißwerk raus. Der hat mir jetzt gar keinen Charakter, der Wichser. Ja.